Geht's hier um Mord und Totschlag? Nein, so blutig geht's hier nicht zu. Aber es geht schon um Gewalt, um psychische Gewalt, sexuelle Gewalt, um Machtverhältnisse und alte Verletzungen zwischen den Geschlechtern, zwischen Eltern und Kindern, zwischen den vielen Personen in einer Seele. Klingt jetzt aber nicht so unterhaltsam, eher wie ein Problembuch für Psychos. Quatsch, lies einfach den Roman Tod der vielen und du wirst sehen, dass es ein spannendes Beziehungsdrama ist, das man am liebsten in einem Rutsch durchlesen möchte. Was geht's denn da jetzt konkret, was passiert in der Geschichte? Na, ich will jetzt natürlich nicht die ganze Handlung verraten, nur so viel, mehrere Frauen, zum Teil aus der Politik, kämpfen um einen Mann, der ist Lokaljournalist, aber nur eine der Frauen weiß, dass da noch andere im Spiel sind. Hä? Aber der Mann wird doch wohl wissen, mit wem er alles ein Techtel-Mächtel... Schon. Aber so einfach ist es nun auch nicht. Dieser Mann leidet unter einer dissoziativen Persönlichkeitsstörung. Eine was? Also salopp gesagt ist da eine multiple Persönlichkeit. Durch ein Trauma in seiner Kindheit haben sich mehrere Personen abgespalten, die jetzt je nach Situation sein Handeln beherrschen. Manche wissen nichts von den anderen. Oh, schwierig. Ich sag ja, doch Psycho-Problembuch. Schwierig schon, allerdings. Aber trotzdem. Spannend. Einige Personen sind roh und verletzend und andere, die sehen sich nach Ähnlichkeit und Liebe. Die Vergangenheit sehen diese Personen anders, als sie sich wirklich zugetragen hat. Aus Selbstschutz. Und dann gibt's da noch die professionelle Person fürs Berufsleben, aber die wird wiederum von einer Beziehungsperson gesteuert. Naja, jedenfalls wird das Ganze ziemlich bedrohlich als dieser Journalist dann, als dem die Frauengeschichten über den Kopf wachsen und dann ruft auch noch seine Schwester an und teilt ihm mit, dass sein verhasster Vater im Sterben liegt. Er sollte unbedingt jetzt nach Hause kommen, in sein Heimatdorf. Ja, und das macht er dann auch, um seiner Schwester zu helfen. Und als er da ist, kommt dann der ganze Mist von früher so richtig hoch. Ist die Geschichte denn jetzt nur aus der Sicht von dem Mann geschrieben? Nein. Alle beteiligten Personen schildern die Erlebnisse in überwiegend inneren Monologen, jeweils aus ihrer ganz subjektiven Sicht, also so in Versatzstücken. Und langsam setzt sich dann das Puzzle beim Lesen zusammen. Oh, interessant. Wie unfangreich ist das Buch denn? Ja, es sind 186 Seiten. Und wie gesagt, ich habe den Roman Tod der vielen in einer Nacht gelesen. Und wie teuer ist er und wo bekomme ich Tod der vielen? Du bekommst es als Taschenbuch für 7,10 Euro und als E-Book für 2,99 Euro bei Amazon. Aber mit der ISBN-Nummer, die hier eingeblendet ist, müsste es auch im normalen Buchhandel bestellbar sein. Und wie gesagt, es healsение auch im 듯s bild von dem, hey, aus wie gesagt. Und wie gesagt, ich gehö maybe hier yer threshold. Wir Judas, in der Kirchen. Und wie Und wie gesagt, es geht, es geht. Ä Die Tür Martinez virliebsten. Amen. Amen.